Ah, jetzt kommt mein Lieblingsteil. Das ist ein großer Schreck, Kurt. Bist du auch bereit dafür? Was hab ich zu verlieren? Naja, deine Waffe, wenn du stirbst. Aber wenn du es schaffst, kannst du sie behalten. Auch wenn ich es nicht schaffe, lerne ich was draus. Also, wie behalte ich nochmal die Waffe? Äh, die Anreicherung? Bist du nicht deswegen hier? Ich hab mir gesagt, dass ich's tun soll. Du bist nicht der Einzige mit anderen Ichs. Ist nichts Besonderes. Aber falls ich es schaffe... Ja, falls. Viel Glück. Das mit der Anreicherung klingt immer besser. Hallo, meine lieben Freunde. Ich bin's wieder, euer Robin Hood. Ja, Deathloop neueste Folge. Ich empfehle euch jetzt das Headset uneingeschränkt. Das ist das SteelSeries Arctis 7P Plus Wireless. 150 Euro. Ich hab 140 bezahlt. Bei Amazon und Anikos As 200. Verbindungsqualität, Astrein. Sprachqualität, Astrein. Tragekomfort, Astrein. Qualität, Astrein. Klang auch, Astrein. Vor allem, wir haben ja jetzt hier... ...wie ihr seht... 3D-Audio. Ich glaub, das hat nur die PS5. Und das kann das Headset. Und die Sounds sind sehr... ...sehr 3D-lastig, ne? Also, man merkt... ...hört überall alles, ne? Ob's von rechts, links oder von irgendwo kommt... ...ist Surround Sound, ne? Ja, und... ...ähm... ...heute bekomme ich Call of Duty Vanguard. Also als Disc-Variante, ne? Blu-ray. Bei Saturn für 20 Euro. Kann ich irgendwann für 10 Euro verkaufen. Oder eben nicht. Es gibt nur bei Saturn, äh... ...Call of Duty Vanguard momentan. Ohne Versandkosten, ne? Für 20 Euro. Und, äh... ...dass da, wenn wir die ganze Kampagne durchzocken... ...und auch Multiplayer suchten, ne? Ich hab wieder Bock auf Call of Duty. Und ich bin kein Veteran... ...in Call of Duty. Und auch kein Profi oder so. Und deswegen wird mir das auch gut gefallen. Viele haben das ja schlecht geredet, das Vanguard. Aber ich glaub, die Kampagne wird sehr geil. Und ich werd... Ich hab... Ich sag eigentlich nie, äh... ...irgendein Spiel ist schlecht oder so. Weil ich schau mir lieber die guten Seiten an vom Spiel... ...und nicht immer die schlechten Sachen. Sozusagen ist das Bier... ...halb voll... ...und nicht halb leer. Mhm. Jetzt ist es. Mehr als halb leer. Weil ich einen großen Schluck genommen hab. Ne, also das SteelSeries... ...kann ich euch unangeschränkt empfehlen. Astralen. So. Der Spider-Man werden wir auch noch zocken. Ich hab ja jetzt... ...Playstation Plus... ...Premium. Gibt ja drei Preismodelle... ...oder vier Preismodelle. Ich hab da teuerste. ...und da ist Deathloop und alles auch mit drin. Und Spider-Man ist mit drin. Und... ...ganz viele Spiele... ...auf die ihr euch freuen könnt. Ich hab natürlich auch noch ein PC. Ich hab natürlich auch noch einen PC. Einen sehr starken PC. ...und das ist die schnellste Grafikkarte... ...auf dem Markt. Na ne... ...außer die TI. Ne... ...3090 TI ist noch ein Tick schneller. Fünf Bilder oder so. Dafür kann meine... ...Red Devil nicht so gut retracing. Aber ich hab auch nur 1000 Euro bezahlt. ...und nicht 1300 oder so. Und in anderen Bereichen ist sie manchmal noch schneller als eine 3090. Also die 3000... ...ääh... ...die... ...die... ...6900 XT von PowerColor... ...Red Devil Variante... ...und äh... ...Ultimate kostet nochmal 100 Euro mehr... ...mit ausgesuchten Chips. Und die kann man auch sehr hoch übertakten. Wenn ich das wollte. Hätte ich nochmal so 8 Bilder mehr... ...8 FPS. Ja gut, meine lieben Freunde. Jetzt sind wir auf der PS5... ...und zocken Deathloop. Hä? Geht's hier lang oder was? Und hier auch? Waren wir hier überhaupt schon? Äh... Oh... Winter? Hier waren wir noch nicht. Wir müssen nach links weg. Weil ist das weg? Ist hier nur ein Gegner oder was? Töten wir den. Da oben ist auch einer. Hier waren wir noch nicht, Alter. Geile Optik, Alter. Ich hab ja ein Samsung... ...Q-LED. Das ist der Samsung... ...Q... ...80... ...A... ...in 50 Zoll. Geil gemacht, Alter. Wir spielen in 4K. Ihr kriegt 1080p mit 60 Bilder. Sogar in HDR. Habt ihr HDR-Fernseher... ...kriegt ihr mein Video in HDR. Das ist mir neu aufgefallen. Ich hab jetzt ja Videos hochgeladen für euch... ...und... ...da steht der in... ...1080p... ...60 FPS... ...und dahinter noch HDR. Ganz neu. Wir zocken ja auch in HDR. Und in 4K mit... ...30 FPS... ...und Retracing. Hier zum Beispiel ist Retracing. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wir müssen aufpassen. Wir dürfen zweimal sterben. Der ist ziemlich nah. Das höre ich alles durch das geile Headset. Da oben ist er. Da ist auch noch... Sieht gut aus. Das haben die gehört. Oh, die haben die Leiche gesehen, ne? Verstecken wir uns... Das wird nichts mit verstecken. Da sind die Schweine. Oh, nein! Boah, ey, du Witzer, du! Witzer, du! So. Ihr hört's doch an der Musik. Es ist Ruhe im Karton. Hammer, Alter! So langsam macht das Spiel Spaß. Von Bethesda, ne? So, wir müssen da unten lang. Oh! Ach, das kann man nicht aufnehmen. Na gut, dann ist das so. Ist da oben noch was? Aber wenn hier keine Gegner sind... Schon wieder ein Déjà-vu? Ja? Nö. Hier brauchen wir nicht hin. Hey! Da müssen wir rein. Das ist nun mal so. Vorsicht! Vorsichtig! Ich werde erstmal die Kamera weghaben. Das wird auf die Entfernung aber nichts. Die kann nämlich auch schießen. Ja. Du kleine Witzer, du! Ey! Alter! Wie viele Gegner waren das denn, Alter? Sind die bekloppt oder was? Was ist jetzt hier los? Denn du hör't aus! Woh-woh-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo.. Geil gemacht, ne? Da ist noch ein Gegner. Er kommt, ich höre ihn schon. Oh, oh, oh. Röchel, du Sau. So. Und neue Waffen. Alter, der Sound ist ultra. Auf dem Headset. Wenn ihr jetzt einschaltet. Einen Moment. Was auch gut ist, ist der Tragekomfort. Aber SteelSeries Arctis 7P Plus Wireless. Bombenheadset ist das. Kostet. Na, ich hätte mir auch einen Astro oder so holen können wie Montana, ne? Der hat ja einen Astro, aber das ist nicht so kompatibel. So gut kompatibel wie das jetzt hier. Und der Sound soll vergleichbar genauso gut sein. Ich glaube noch nicht mal, dass das Astro 3D Audio kann. Moment. So. Ah, Qualm ins Auge bekommen. Es brennt immer ein bisschen. So, ne Kamera ausschalten. Ist das zwei oder was? Das sind zwei Kameras. Er ist das aus. Aus. Ist da noch eine? Ne. Das sieht gut aus. Alles klar. So, einmal dürfen wir noch sterben. Aber wenn ich mal ein Schluck Bier. So. Dann kommen wir mal näher. Na. 90 Meter. Das andere ist 72. Wenn ihr das Labor. Wir müssen einen töten, ne? Ein Big Boss. Wenn ihr die letzte Folge gesehen habt. Wir müssen uns ein bisschen umschauen. Wie gut kennst du Black Reef. Interessiert mich nicht. Na, was ist das jetzt? Ich dachte ein Audio-Tape, aber... Hm, das Ding hat wohl keinen Strom. Pass auf. Es wird gefährlich. Oh, hier war ich schon. Hier waren wir schon mal. Oben sind Gegner. Das kann man sehr gut orten mit dem Headset. Also unangeschränkt ist das empfehlenswert von SteelSeries. Da ist er. Mehrere, drei Stück. Müssen schnell gehen. Kommt ja eh wieder. Interessant. Wie kann das sein? Und die Musik wird wieder entspannt. Alter Schwede. Ich sag euch, das ist crazy, das Spiel. Ja, also... Und vor allem, hier waren wir schon mal. Aber da draußen kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Hm? Was ist das jetzt? Aha. Das kenne ich noch nicht. Warte mal. So, volle Lebensenergie. Man muss auch, wenn da mehrere Gegner sind, mit dem Messer sehr schnell sein. Magazin ist voll. Na, dann ist ja gut. So, da hinten ist Resium Forschung. Und da ist das Labor. Und da ist ein Big Boss. Moment. So. Dann müssen wir ja eigentlich... Ich kenne das hier. Das hier noch. Hat kein Saft, ne? Na, das kenne ich schon. Hier kann man die Batterien aufladen. Pass auf. Seht ihr die beiden sogar hoch, seht ihr das? So. Jetzt ist sie voll. Dann kriegen wir jetzt neue Informationen, die wir noch nicht hatten. So, pass auf. Wisst ihr das? Willkommen, liebe Alisten. Hier spricht Igor Sörling. Schreibt euch jede Frage, die unser geliebter Job funktioniert. Vor einer Zeit wurde auf Black Reef das Raumzeitgefüge durch ein katastrophales Ereignis zerwissen. Wir nennen das die Anomalie. Ich habe mit den Visionären das Aero-Projekt gegründet, um diese ätherische Anomalie zu schützen und zu studieren. Und daher müsst ihr die Visionären schützen und studieren. Folgt den drei Grundsätzen. Ist der Lohn in Gefahr, folgt dem LEP. Schützt die Anomalie. Aber Mist, ist das man schon zu Ende? Das LEP findet ihr im Sicherheitsbüro. Auf Fristat, Orme, benachrichtigt den Sicherheitschef. Und ihr wollt euch sagen, wie ihr mit dem LEP schützt. So, die laden wir nochmal auf. Wir kommen noch was Neues. Werden wir gleich sehen. Wir wollen ja nichts verpassen. Schnauze halten. Oh, das ist explodiert. Das wollte ich jetzt natürlich nicht. So, dann wollen wir mal los. Und da haben wir keine neue Munition. Gut. Alles klar. Wann mal. Ist ja noch irgendwo was. Das ist manchmal so. Ja, siehst du, die haben wir noch gebraucht. Oh, jetzt haben wir genug. Hier unten ist ein Laser. So, pass auf. Hier ist da schon der Laser. Da oben ist er. Können wir da so ran? Nee. Nee. Haben wir mit Absicht so gemacht. So. Oh Mann, ey. Ich hab ein bisschen Sorge. Wir müssen Big Boss platt machen. Und da oben sind beide Ziele. Oh, der kann einen sehr schnell entdecken. Ich hab keinen Bock, Alter, auf diese Gegner, weil ich will nicht sterben, ey. Mit Pussy bin ich jetzt nicht, aber... Wo ist der andere Wichser? Wo bist du Wichser? Hä? Der ist abgehauen. Oh, das war gefährlich. Pass auf. So viel Zeit muss sein. Das ist wichtig. Muss man ein bisschen taktisch vorgehen. Die Vibrationen sind ultra auf dem Controller, also richtig geil. So, ich will mal sehen, was hier abgeht. So. Wir sind jetzt gleich da, ne? Oh, da ist noch ein Gegner. Ich hab's gehört. Also, das ist so geil vom 3D-Audio. Man kann das genau orten. Oh, ist die Sau. Da. Irgendwo hier muss der sein. Egal. Wenn der gleich kommt, dann haue ich ihn vor der Planke, wenn er die Tür aufmacht. Dein Sinn, die Gegner, Alter. Das ist ein Big Boss, glaube ich. So, die ist schon mal weg. Aber die Zahl dürfte in die 100 vergeben. Das wahre Potenzial ist darin. Erinnerung über Licht hinweg zu erheben. So. Die ist schon mal weg. Da hätten sie auch überall Gegner. Seht ihr das? Da hinten stehen die? Jetzt müssen beide Kameras. Was passiert mit dem Licht? Oh, komm her. Komm her. Auch weg. Jawoll, Alter. Jawoll. Verbunden. Na, war das die Memory Reset? Nee, von meinem Bruder war das nicht. Vorsichtig. Das ist immer noch nicht safe hier alles. Das ist gut. Wetter. Wetter. Ich guck mich überall immer noch mal ein bisschen um, ob man was sammeln kann. Sammeln kann. Oh, oh, oh. Große Knallen, große Wirkung. So, Todesfalle. Dann ist der Bastard. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, oh, 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 oh Oh, der Ladehemmung. Jetzt. Zwei Stück Krom. Vorsicht. Oh. Wer ist das? Von hinten, Alter. Von hinten, die Witze. Oh nein, Alter. Oh Mann, du. Was? Pass auf. Sehr spannend, ne? Brücke auf! Wir locken sie hierher. Die Böllern aus vollem Rohr. Doof sind sie auch nicht. Acht Stück? Acht Stück? Acht Stück, Alter. Ladehemmung. Ach, ich will nur was zu... Gaaah! 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 So, was war'm das? Was haben wir? Erstmal... Highland. Braucht neue Muni, Alter. Oder wir, meine lieben Freunde. Ihr seid live mit dabei. Hammer aber. Acht Schuss. Na gut. Na gut. Das was so viele sind, Alter. Ich dachte, das wären nur noch zwei oder so. Die sind unten auch unter uns. Warte. Warte. Aufpassen. Ich hab keinen Bock, wenn wir jetzt sterben, ist alles vorbei. So. Das wär das alles. Wir müssen da einen nach dem anderen platt machen. Siehst du ja, wie die sich bewegen hier. Die kommen jetzt. Du erinnerst dich an etwas. Lass uns das morgen. Sie wurde nur zurück. Weg hier. Alter. Ist das böse, Alter. Oh Gott. Boah, die Sounds sind so brutal. Was, so viele sind das noch? Um Gottes Willen. Erstmal raus hier aus dem Puff, Alter. Was wir haben, das haben wir. Wir brauchen Lebensenergie. Mann, ist das ein geiles Spiel, ey. Jetzt dreht das Spiel voll auf. Baba-mäßig, Alter. So, noch ein bisschen Munition. So, da ist schon wieder Munition. Sehr schön. Wir haben leider noch mehr Munition. Schrotpatron. Wir haben aber keine Schrotflinte. So. Wir wollen die Action natürlich weiter genießen. Ich auch. Aber wir wollen, wir dürfen hier nochmal sterben. Das ist eben das. Das ist alles umsonst. So. Muni haben wir genug. Würde ich mal sagen. So. 1, 2, 3, 4 sind das noch. Oh ne, ich hab schon wieder Ladehemmung. Sag mal. Wo sind die denn immer hin? Oh ne, ich hab schon wieder Ladehemmung. Oh ne, ich hab schon wieder Ladehemmung. Oh ne. Was ist das hier? Nö. Was ist das hier? Ne, die sind alle hier. Ne, die sind alle hier. Da ist er. Tropfschuss. Tropfschuss. Da sind ja nochmal zwei. Da sind ja nochmal zwei. Das werden immer mehr. Merkt ihr das? Da ist auch noch einer. Wie viele... Sollen das denn hier sein? Sag mal. Was ist da oben los? Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Muni. Hier waren wir noch nicht. Oh, Nägel. Für die hier. Nö. Doch nicht. Ah, Moment. So, jetzt haben wir wieder volle Muni. Muni, Muni, Muni. Witz das, ey. Okay. Huh. Oh. 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 So. So. Down. So, jetzt sind es ja wirklich nur noch zwei, oder? Ja. Das da hinten ist ein normaler Gegner, der da geht. So. Dann kriegen wir noch zwei. Am besten ohne... Da sind sie drin. Okay. Können wir hier durch, oder was? Ja. Krass, ne? Alter, hier der Regenbogen. Hoho. Ein Moment, meine lieben Freunde. Ich brauche eine Floppe. Kleine Pause. Rechts vor uns ist noch einer. Manche verdoppeln sich. Das sind Klone oder sowas. Was? Hm. Oh ne. So. Schluck Bier. Lecker, lecker. Was ist da hinten? Gut. Darum kümmern wir uns später. Das sind hier die beiden... ...Venji. Okay. Da dürfen wir nicht reinfallen, außer hier rauf. Aber wenn wir hier ins Wasser fallen, sind wir tot. Wie kommt man jetzt denn da rein? Sag mal. Hier. Alter, ist das geil gemacht. Na, ist halt BTS da, ne? Hier kommen wir rein. Oh, oh, oh. Jetzt gehen sie auseinander. Du hörst die Schritte. So geil. Die hat sie verdoppelt. So, das war's. Habt ihr das gesehen? Alter. Oh, Trophy. Und raus bist du. Das war schwer. Wir haben sie getötet. Und aus ihr ist noch einer entstanden. Also einen töten, dann werden wir zwei. So. Baba mäßig, Alter. Echt geil. So, das war's. Weil ich will mich hier nochmal umschauen. hier. Hm, ein Segel. Was piept das? Was? Ich dachte, das explodiert, ey. Die Sounds sind sowas von geil. Also das SteelSeries Arctis 7P Plus. Wireless. Hat ja auch überall Bestnoten bekommen. Kann ich nur empfehlen. Nur noch eins. noch ein Segel. Gibt es nämlich geilen Loot hier. Was ist denn das hier? Benji, wie sie leibt und lebt. Teil 1. Wie teile ich mir meine Zeit ein? Sorgfältig. Über ein effizientes und personalisiertes System aus Dringlichkeit und Nutzen. Was ich zutiefst bedauere? Es gibt zwar eine Reihe von Aufgaben, die ich hätte effektiver ausführen können. Aber Leben bedeutet auch Entdecken und Lernen. Scheitern ist ein natürlicher und notwendiger Teil davon. Wann wurde mir meine große Weitsicht klar? Ich lehme das ab. Sollte meine Weitsicht größer als die andere sein, dann nur weil sie ihre Weitsicht einschränken. Ja. Interessant. Wie teile ich mir meine Zeit ein? Sorgfältig. Über ein effizientes und personalisiertes System aus Dringlichkeit und Nutzen. Was ich zutiefst bedauere? Es gibt zwar eine Reihe von Aufgaben, die ich hätte effektiver ausführen können. Aber Leben bedeutet auch Entdecken und Lernen. Scheitern ist ein natürlicher und notwendiger Teil davon. Wann wurde mir meine große Weitsicht klar? Ich lehne das ab. Sollte meine Weitsicht größer als die andere sein, dann nur weil sie ihre Weitsicht einschränken. So. Alter. So, aber wir haben noch was. Residium Forschung. Also die Mission, also diese Folge hier ist für mich die allerbeste. Ja. Für euch wahrscheinlich auch. So, wollen wir mal sehen, was das jetzt hier noch ist. Da ist das Teil. Guck mal. Guck mal. Also. Wie gehen wir es an? Erkenntnisse aus den morgendlichen Ankündigungen. Der erkennbare Fortschritt in den Leistungen der Eternalisten Kurt und Juliana. Ja. Und zwei Wahrheiten werden offenkundig. Erstens. Die Zeitschleife war längerer Zeit aktiv und beide behalten ihre Erinnerungen aus jeder Wiederholung, während andere, insbesondere wir selbst, sie verlieren. Jetzt unterbrich mich nicht ständig. Wenn das korrekt ist, können wir davon ausgehen, dass wir jeden Tag für eine Zeitspanne X ähnliche Beobachtungen angestellt haben. Dann haben wir unseren Fokus auf die Bewahrung von Wissen und Erinnerung gerichtet. Was bedeutet, wir können diese Zeitlinie zwar vervielfachen, haben diese frühen Phasen der Forschung jedoch eindeutig wiederholt ohne einen Durchbruch durchlaufen. Naheliegende Schlussfolgerung, die wir sicher nicht zum ersten Mal anstellen. Daher auch diese dubiosen Experimente mit Residuum-Infusion, um in Wiederholungen Siegel zurückzuhalten. Möglicherweise gelingt es uns dann auch, uns selbst zu erhalten. Krass, ne? Pass auf, hier ist eine neue Waffe. Geil, die haben wir gelootet. Ist wichtig. Tragbarer Ernter. Was ist das denn, Alter? Achso, guck mal hier, was der hier hat. Haben wir hier irgendwo noch einen? Können wir vielleicht so aufsammeln? Damit? Ich weiß das nicht. Äh, äh, Ernter. Ist ja hier irgendwo noch ein Gegner, wo wir das mal... Also ein Opfer, ne? Wo wir das mal ausprobieren können. Hier ist einer, pass auf. Irgendwie, schlimmer als ihn einfach zu töten. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Haben wir aufgesaugt. Was das jetzt bringt, weiß ich nicht. Guck mal hier. Wie sich das alles dreht hier. Na gut. Guck mal den Teil. Jetzt wird's erst richtig interessant zum Schluss. Das hier. Ihre beste Laborratte. Schau dir das Bild an. Ach, das ist der Sauger. Den wir hatten. Und denn da rein. Und dann ist der Mensch in der Kapsel drin. Und dann müssen wir den Sauger noch mal haben. Das muss hier irgendwo rein damit. So. Wir haben ja einen da drin. Und wo ist so eine Kapsel? Pass auf. Das geht nicht. Ich hatte ja schon mal so eine Kapsel. Ich weiß nicht, wie lange eine Stunde kann ich hier auf der PS5 aufzeichnen. Was? Nö. Oh, meine Fluppe fällt mir mal runter. So. Das muss ja hier irgendwo rein in so ein Teil. Das ist doch bestimmt hier irgendwo in der Gegend. Muss ja. Moment. Das möchte ich mal ausprobieren. Hier ist nichts. Ich hatte aber schon so eine Teile gesehen. Ihr habt sie wahrscheinlich auch gesehen. Das sind so eine... Ja. Das könnte ganz da oben wieder sein. Oder ist es hier irgendwo so ein Teil? Lange werde ich sie jetzt nicht suchen. Was ist das denn? Achso. Nägel. Ne. Hier sehe ich momentan nicht so ein Teil. Schade, dass sie das hier nicht hingepackt haben irgendwo. Für ist es ja hier hinten. Ich muss mal sehen. Na. Ist schon wieder runtergefallen. Ich habe so ein Teil, wo man die Zigarette ausmachen kann. Tut man sie einfach rein und raucht sie später weiter. Ähm. Ne. Hier ist nur so ein Teil. Leider nicht. Das ist weit weg. Sehr weit weg. Gut. Da kann man nämlich den Mensch denn in so einen Teil rein tun. Mal sehen, wenn wir jetzt das hier machen. So. Zwei Meter. Was ist denn das hier? Ach, wir müssen das wohl machen, ne? Das ist dahinter, wa? Hä? Residium Forschung. Es geht immer noch besser. Hebel. Bring nichts mehr zu ärgern. Wieso? Ich will hier wirklich nicht untergehen, dann sind wir nämlich tot. Und dann haben wir wohl verloren. Kann man das hier nicht irgendwo rein tun, was wir gefangen haben? Ach hier, ne? Ist das so ein Teil? Pass auf, hier ist er! Okay. Jetzt muss ich nur noch in diese Röhre und den Knopf drücken? Scheiße. Wie soll ich das denn machen? Den Knopf drücken. Dann mal los. Ich schieße dich in Stücke, du Scheiße. Oh, Moment mal. Das ist die Idee. So. Erfolg beim Verankern des Loops in den Visionär mittels Anomalie. Leider produziert die Anomalie weiterhin Nusch. In die Röhre. Auf den Knopf schießen. Knopf schießen. Moment. Ich muss ein bisschen überfliegen. Ähm. Eine abgespeckte Version dürfte ein Objekt-Siegel-Waffe in einem Visionär verankern, wodurch ein dauerhafter über mehrere hinweg fortbestehende Besucher erzeugt wurde. Der Ender ist bereit, die Anreicherung ist bereit, ich bin bereit, jetzt brauche ich nur noch genügend Residium. Hm. Hm. Da ist der Knopf. Scheiß. Verdammt. Hier ist noch einer, ne? Jeder erhält beachtliche Mengen Stabil-Sicherheit wahrscheinlich naheliegende Lösung Besucher Visionär beim Rissexperiment testen Teilweise gelungen. Jeder Visionär von mir zu töten, wurde ab Anreicherung benötigt, aber dann wäre ich tot. Inakzeptabel. Als Leiche kann ich den Ernter nicht in Anreicher stecken oder profitieren. Ich brauche jemand anderen. Alex- 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 könnte problemlos geködert werden. Über 20 wären schlimmer. Ähm. Cold ist abtrünig geworden. Zu gefährlich. Ich töte alle Wengis und benutze dieses Ding, um genug Residuum für ihre Maschine zu ernten. Ergibt Sinn, ja. So, jetzt haben wir was Neues. Jede, wenn je töten. Hinweis nicht mehr verfolgen. Der, ne? Dieser Hinweis, das Experiment aktivieren. Der in die Maschine summt und die Röhre wartet. Worauf wartest du, Cold? Du lebst nur einmal. Pass auf. Ne, das geht nicht. Ach, hier. Hier geht's weiter. Oh, da müssen wir rein. Hinstellen? Auf den Schalter schießen? Los geht's, Wissenschaft! Alter Bombe! Hihi! Ist das nicht ne geile Folge gewesen heute? Die beste von allen. Das Spiel ist so cool. Hab ich auf dem PC nicht. Müsste ich kaufen. Und bei Playstation Plus Premium ist es gratis mit drin. Der Tod ist nur ein geringer Preis dafür, die Ausrüstung behalten zu können. Genieß die Show. Genieß die Show. So. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Noch 5 Minuten haben wir für diese Folge. Denn es ist eine Stunde aufgezeichnet. So. Das zeigt er vorher sogar an. Wir haben jetzt genau 55 Minuten 20 Sekunden. Geile Sache, Alter. Was zum... Hat... geklappt. Anreicherung und Residium. Du kannst jetzt Residium ausgeben, um Waffensiegel und Tafeln anzureichern. Damit du sie über Loops hinweg behältst. Angereicherte Ausrüstungsdiensteine kehren jeden Morgen in ein Arsenal zurück. Ernte Residium von toten Visionären und Objekten, die angereichert werden können. Du kannst auch Waffensiegel und Tafeln opfern, um Residium zu erhalten. Du... Residium nicht... Ähm... Blablabla... Äh... Gut. Oh ja. Es hat verdammt nochmal geklappt. Wer ist jetzt das Superarm? Du und ich, Baby. Für immer zusammen. Zumindest bis ich den Loop breche. War es das wert? Ja, das war es wert. So. Meine lieben Freunde. Geile Folge, oder? Die beste, die wir bis jetzt gezockt haben. Alter, schollt das Retracing an auf der Waffe. Wie die Waffe sich ändert von der Farbe. Das ist das Retracing. So, meine lieben Freunde. Dann machen wir hier einen Break. Und ich denke mal, diese Folge hat euch sehr gut gefallen. Genauso wie mir. Ja, und ich gehe jetzt schlafen. Und hoffe, dass nachher entweder mein... Der ist ab 18 das Spiel. Er muss an meine Tür klingeln und gucken, ob ich 18 bin. Das sieht ja schon an meinem starken Bartwuchs. Hehehehe. Heute zocken wir keine Folge mehr Final Fantasy, weil ich bin auch schon ein bisschen müde jetzt. Alles klar, meine lieben Freunde. Ich bedanke mich wieder einmal fürs Zuschauen. Und wünsche euch für immer noch einen recht schönen Tag. Genießt euer Leben. Und dann sehen wir uns bestimmt auf meinem Kanal wieder. Für neue Zuschauer macht die Glocke an. Abonnieren. Glocke anmachen. Dann verpasst ihr nichts mehr. Okidoki. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Robbinut. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.